Hallo liebe Leute, willkommen zu meiner Folge. Ja, das ist meine. Nur meine, die gehört ganz allein mir. Ich bin den Minecraft Infinity, zusammen mit Barker. Ich bin der Horkin, das ist Folge 30. Hi. Und genau, Barker läuft immer noch durch die Welt. Da wirst du einen gefunden. Ich bin so ein toller Typ. Was hast du gefunden? Nein, so ein Anhänger. Der ist echt toll. Ich hab schon einen. Und die Stoppuhr auf meinem Handy ist gerade abgestürzt, hab ich festgestellt. Sag dir doch an, wenn's so weit ist. Genau. Ist ja nicht so, dass du das nicht schon mal vergessen hättest. Gut. Weiter auf der Suche nach Enamins. Genau, das ist voll cool, dass diese Stoppuhr nicht mehr funktioniert. Ah, jetzt läuft sie wieder. Ist doch echt nervig irgendwie, dieses Folgenende. Gratuliere euch, ihr habt gerade eine Minute mehr gewonnen. So. Ich muss mal eben mein Inventar ausleeren, weil mir das hier einfach ein bisschen zu sehr auf den Zeiger fällt. Dass das ständig voll ist. War das eine Minute, ja. Zack, 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 zack. Weg damit, weg damit. So. Ich hab einen Zauberwald gefunden. Juhu! Bring alles mit, was du findest. Schafe? Schafe? Klar. Warum nicht? Schafe. Nicht gefunden. Also, der Barker besorgt uns jetzt Schafe. Warum auch immer. Uuuu! Ja, das ist grün. Über Indermen. Äh, nee. Wie heißt denn die Kriber? Uah, noch eine. Oh Gott. Wie sind denn hier? Also, ihr seht, schaut euch auf jeden Fall auch Barkers Folgen an. Die scheinen sehr, sehr lustig zu sein. Ach du Scheiße. Oh. Der ist explodiert. Wow. Der ist genau in meinem Gesicht explodiert. Und ich mein, was gibt es Schöneres als Barker verzweifeln zu sehen? Ich bin nicht verzweifelt. Ich hab mal ein Herz verloren. Wie, jetzt nicht verzweifelt? Ich versuchte gerade mehr Zuschauer rüberzuschieben, ja? Und du machst die ganzen Versprechungen, die ich hier mache, einfach zunichte. So, das haben wir auch. Ja. Okay, den haben wir schon mal beleidigt. Oder angekalkt. So, ähm. Oh, ich renne nochmal hier durch so einen Pilz durch. Das ist mal geil. Äh, nö. Ich hätt gern. Oh, was ist das? Ich glaub, hier sind Monster unterwegs. Uuuuuh. Das war schön. Ich war kurz auf den Trip. Sorry. Auf den Trip? Okay. Ja. Da seht ihr Kinder, nehmt keine Drogen. Wird alles nur wunter. Genau. Das ist echt furchterlich. Das ist alles nicht sonderlich gesund. Iiiiih. Ich seyigibts bin. Ihr könntet unter Umständen als YouTuber enden. Ich seyigibts bin. Ich seyigibts bin. Und ich seh tote Menschen. Ups, ich hab meinen. Ach, verdamm ich nochmal. Ich hab schon wieder einen Spawner gefunden. Der Taumumum-Ax. Der Taumumum-Ax. Das ist echt wunderbar. Der zwei Alpama. Der war wahr gesagt. Ähm. Ich glaub, ich bin ein bisschen durch heute. Nur heute. Ja. Nur heute. Du bist immer etwas besonders. Gut, ich rechne mal wieder. Ich öffne mal wieder meinen Rucksack und schicke die alle jetzt rüber. Ich bin mir schon richtig viel rübergeschickt. Wovon der ist da. Äh, voll. Soll ich da mal was rausnehmen? Vielleicht. Ich muss noch vielleicht gucken, ob da... Würde dir das helfen. Ist hier was Vernünftiges drin? Oh, Kupfer. Ja, Kupfer nehmen wir. Hast du denn schönes gesehen? Guck mal, ich darf noch nichts mehr haben mit. So, was ist hier noch? Wolle. Wolle ist auch nicht schlecht. Die, 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 die Blumen da drin kannst du behalten. Ich, die aber schicken. Ja, ich, äh, werde die auch irgendwann, ähm, dann da rausnehmen. Willst du sie essen? Äh, ja, natürlich. Wir haben eine ganze Menge Fleischzeug, was wir noch nicht gekocht haben. Vielleicht sollte ich das einfach mal in den Ofen schmeißen? Das wäre cool, ja. Richtig? Ich meine, bevor uns beiden das Essen ausgeht. Jetzt habe ich gerne Steine mehr. Steine! Steine! Du brauchst Steine? Ist das dein Ernst? Nee, es passt schon. Weil, äh, Steine hätte ich eine Menge. Weiß. Wer ist das alles hast? Gehen. Wieder mal der falsche Ofen? Ach, mansch, Leute. Es tut mir auch echt leid, dass ihr eure Zeit mit unseren Let's Plays verschwenden müsst. Wir wissen beide, dass wir einen totalen Dachschaden haben. Und wir zwingen euch dazu, hier diesen Mist zu ertragen. Ich habe keinen Dachschaden. Nein. Schau mal, man muss das mal so betrachten. Also, ähm, liebe YouTuber, solange ihr hier sitzt und uns zuschaut, geht ihr nicht raus und lasst eure Aggressionen an armen alten Menschen aus. Insofern machen wir mit jeder Folge die Welt etwas besser. Na? Barker, wir retten die Welt. Ja. Wie geil ist das denn? Echt toll. Soll ich immer mal machen. Die Arme verkaukst, die Menschheit retten. So. Wenn mich einer fragt, was ich beruflich mache, ich bin Weltretter. Dass du manchmal das Gefühl hast, du bleibst an dem gleichen Ort wieder vorbei, an dem gerade eben ist langgelaufen. In Minecraft oder in der Realität? Boah, jetzt auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich immer wieder bei diesem seltsamen Burger King vorbeilaufe. Oder eher fahre. Ey, da ist ein... Ach, hier war ich schon. Nicht prozentig. Ach komm, ich habe doch alles. Angeber. Und das machen wir da hin, und das machen wir da hin, und das hier hin, und das da hin. Und kriege ich dann endlich, was ich will? Natürlich nicht. Ich habe alles, kriege ich, was ich will. So. Äh, Barker, hatten wir nicht irgendwo Plastik? Plastik? Plastike. Plastik? Nein, die ich nicht. Okay. So was hast du nur. Ich benutze sowas nicht. Bei mir gibt es immer nur Holz oder Stahl. Die richtig Warnsachen. Kruppstahl, äh, Kruppstahl, ja. Wollte da mit halten, meine ich. So, jetzt brauchen wir noch ein Upgrade dafür. Dann haben wir aber genug hier von Dörfern durchsuchen. Einfach hier so stehen, wie sie sind. Das sollte reichen. Warte, Dörfer wurde erschlagen. Gold Nugget. Plastik. Okay, soll ich das mitnehmen hier hin? Nein. Brauchst du immer noch Teile von der Smeltery? Die sind ja mittlerweile groß genug. Eigentlich nicht mehr, wir haben so eine Riesen-Smeltery. Ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Oder sorgen um den Plastik, den ich da fange. Dann hätte ich lieber einmal hier mehr in die Schmiede rein. Hattest du nicht irgendwo Rubber? Ja, da hat man eine ganze Menge dran. Wird aber auch sein, dass die in den 5 Minuten der Verzweiflung weggegangen ist. In der einen Folge ruhig alles. Na, ne, wir haben noch. Also 52 haben wir davon auf jeden Fall noch. Das ist schon mal ganz gut. Okay. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste man eigentlich, ne? Kriegen wir doch in dem war. Oder nicht? Oder doch? Oder? Ja, genau. Kriegen wir. Kriegen wir. Brauchst du noch Kautschuk? Wenn du welches findest, immer. Nee, ich hab leider keins gefunden. Also ich mein, ehrlich gesagt wird's langsam Zeit für, ähm, für einen Quarry. Wir haben halt nur noch nicht die Ressourcen dafür. Also hier war ich doch gerade eben schon mal. Ach. Sucht langsam richtig langweilig. Was wird langweilig? Suche hier auf nach dem Ender. Ach so. Du musst das positiv sehen. Du bist auf der Suche deines Lebens. Es ist 11 Uhr. Nee, mein Leben hab ich schon gefunden. Nein, du bist auf der Suche deines Lebens. Nicht auf der Suche nach deinem Leben. Ah, das ist okay. Ach, Creeper. Wir haben einen Spawner gefunden. Einen Berg. Die 80 Meter Höhe. Richtig geiles Teil. Echt cool. Ja, das Glätzbäume. Ach, nice. Und, äh, offen. Das heißt, an der Felswand. Ich hab ihn gesehen. Ah, ich brauch jetzt dringend mal ein paar Fackeln. Oder ich reiß das Loch einfach größer. So, meine Axt macht hier langsam Abgang. Da müssen wir natürlich was gegen tun. Möglicherweise hat der Barker uns vor einiger Zeit hier Kies besorgt. Und vor allem Feuersteine. Ach, ich baue den einfach ab. Ich hab hier was weiß ich noch was verwenden. Ich hab hier wie viel Spawner ja schon. Enderperne hab ich schon. Da ist ein Arschbar gefahren. Boah. Das kommentiere ich jetzt einfach mal nicht. Ja, das ist traurig. Dass ich das, was du gerade gesagt hast, nicht kommentiere. Oh, no. Ich versteh das, ich versteh nicht, dass das nicht funktioniert. Mir war so, als hätte ich in einem, äh, anderen Let's Play gesehen, dass das geht. Komisch. Geht nicht, weil du, wie es zu dir... Ich bin gar nicht, wie es zu dir ist. Ich bin ganz nett zu dir. Das war Zeitank. Der war gleich sichtlich getroffen. Wo ist das? Wirkst, aber sichtlich. Achso. Wo ich dich nicht sehen kann. Ja, sowas nimmt mich halt immer sehr mit, weißt du Ich versuch mal, ein ganz netter Kerl zu sein Was lasst du da so schämisch? Hallo Eine Weide gefunden Wie nennt man das? Weide, ne? Irgendwie schaffst du es tatsächlich Diese Kiste, die ich dir hier hingestellt habe Immer voller zu machen Ja, dann mach sie doch mal wieder leer Ja, ich bin schon dabei Kannst du mir glauben, ich bin wirklich schon dabei Du hast sogar dein Kliber hier liegen lassen Möchtest du? Ich hab doch mein Ender, mein Enderding Mein Ender-Shared Okay, gut, dann kriegst du hier noch nicht zurück Hätte ja sein können, dass du ihn wieder haben willst Wieder haben Willst du? Pass auf, ich geb dir Mammutbaum gefunden noch einen Ich geb dir den einfach mal Du musst jetzt schnell sein Mach deinen Rucksack auf Geh mit der Maus auf das erste Feld oben links Mach einfach rein Kommt Hab ich Sauber Äh, ich hab hier übrigens einen Ort gefunden, wo zwei Mammutbäume nebeneinander stehen Ähm, an diesem Ort wohnen wir Ja, da sind drei, oder? Ja, aber das ist ein, also das ist ein anderer Ort Okay Ich bin... Das ist eigentlich unser Haus Ich hab hier tausende von Hat da quasi irgendjemand unser Haus kopiert? Hab ich überhaupt einen Basispunkt gemacht? Gut Wegpunkte So, die Stelle da hinten lasse ich mal noch offen, damit ich wieder rauskomme, ne? Ist ja klar Versteht der sicherlich Wo ist meine Schaufel? Äh, ich hab gar keinen Wegpunkt zu uns zu Hause Schon wieder nicht? Mal noch nicht Kann es sein, dass jedes Mal, wenn wir anfangen, du alle deine Wegpunkte vergisst? Verlierst? Keine Ahnung Nein Wenn wir mit eigenem Fallen und Mal bitte ein Portal Wo soll's dann hin? Ähm Hier ins Zimmer Oder hier in den Lagerraum Oder wo immer du gerade bist, ist ja ich jetzt Mit der, äh, orangenen Portalgun Okay, ja Ähm Welches ist bei dir? Na, gar keines Na, aber eins von beiden brauchst du doch bei dir Ja, dann mach einfach eins und ich mach den anderen bei mir Okay, pass auf, ich hab das blau bei mir gemacht So, drei, dann bereit Da ist sie Hast du? Ja Da ist er Hallo Au So Der Reisende ist zurück Boah, was hab ich denn alles zusammen gesammelt, Alter 13 Enden abherren Ich hab vier Spawner von der Höhlenspinne Zwei vom Zombie und ein vom Skelett Echt? Oder? Was sagst du denn? Du hast wirklich einiges mitgebracht Ähm Ja, vor allem so ne komischen Bienen Die drohen sind das Ich bin echt stolz auf dich, aber ich möchte dich nicht zu sehr ermutigen Ansonsten drehst du wieder frei Ja, vor allem hab ich immer noch nicht erinnern, der Ender-Dings Nicht eigentlich, warum ich eigentlich hier bin Warum ist denn hier? Was ist denn hier mit mir? Was ist das hier? Was ist was? Was ist was? Hier Äh, das ist weg Ist aber schon seit ein paar Folgen weg Achso dann Das ist, da war dieses Unsere aufmerksamen Zuschauer werden schon vor einigen Folgen bemerkt haben, dass ich das abgerissen hab Aber jetzt weiß ich auch wieder, was das war Was eigentlich gebaut hat, was mir gefallen wird Es ist noch nicht fertig, guck woanders hin Ich weiß nicht, wo das ist Mach bitte die Augen zu, wenn du durch unsere Basis läufst Äh, da wo übrigens das ganze Saatgut ist, kann mein Podium das nicht abbauen Na, dann musst du glaub ich mal dein Ey Ah nein, ne Hexe Ah, Hilfe Was fällt der ein mich zu bewerfen Sag mal, bist du noch ganz gesund hier? Glaub es hackt Nein, 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 nicht sterben Oh, noch eine, ah Verdammt Blödes Vieh We........ �guさん Ganz genau Kann ja wohl nicht wahr sein Kann ja wohl nicht wahr sein Es wird immer noch End uhrtöten Mach ich abgerlicht mal in ihrer Nähe hier Soo Dann darf man dieses Ding hier einfach abbauen welches ding immer hier sparen kannst du gern tun ach guck mal da hast du eingesehen holen die junge rohlin hier oder nicht schlecht so ich denn hier ist gerade ganz toll cool wir haben hexen spawner könnten eigentlich eine schöne farm machen für zucker und redstone das gefällt mir bei redstone brauche ich eine menge ich habe zwar eine idee für eine redstone farm dass die idee die ich habe funktioniert aber anders insofern ich werde da nicht abgeneigt wenn du da irgendwas auf die beine stellst mache ich dann mache ich dann werde ich mal kurz meine arbeit niederlegen und das bau und wieder von vorne wo wollen wir die hin haben vielleicht irgendwo oben auf dem baum auch leider seien die gleich mit einem schlacht wird muss nicht ne aber wobei können auch zwei schläge sein du hast doch ich hast du hast du oben noch welche von diesen ähm xp bischen stehen die sind alle bei mir geht es also ich bin erschrocken von der kuh du hast dich von der kuh erschrocken okay von der ecke wie geil ist das denn Ich hab den Spawner erstmals hingestellt, aber es ist ja tags, ne? Deswegen hab ich mir eigentlich jetzt nicht so dabei gedacht. Drehm ich um, drehm ich wieder um und dann steht der auf einmal direkt vor mir. So richtig so arme eingeschränkt. Achja, wie soll der mal dastehen? Oh, 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 oh. Ein halbes Herz hab ich noch. Dünner Wetter, dünner Wetter. Hm, Döner. Hätte ich beide ganz lassen sollen, nicht Idiot eigentlich. Wär die noch effizienter gewesen. Oh, man kann nicht alles haben. Manchmal muss man eben Abstriche machen, ne? Ja. So, das brauchen wir dann hier irgendwo hin. Ne, hier rein bitte nix. Die Fläche hier ist schon reserviert. Da baust du die Bücher an, ne? Mhm. Nein, ist doch nicht wahr. Schon wieder? Echt jetzt? Hier ist ne Kuh mit nem Boiler auf dem Kopf. Ja, warte, ich werd kurz das Ding hier irgendwo hinstellen. Gut. Der Hexensbörner steht sicher bei uns in der Basis. Bist du irre? Ähm. Ja, da hast denk ich wieder recht. Facken woanders hin. So Leute, also leider ist schon wieder ne Folge um. Das heißt, wir sehen uns wohl in der... Warum ist hier so viel Licht? Und wir sehen uns dann wohl in der nächsten wieder. Ja. Haut da rein, macht das gut. Bis dann. Ciao Leute, auf Wiedersehen. Bis dann gehen. Icharosors zu haben. Ich wusste gar nicht.